Wir haben heute den 1. Juli 2017. Es geht um Unwettervorhersagen. Du filmst mich? Ja, sehr schön. Jesus möchte ein paar Unwettervorhersagen reichen heute am 1. Juli 2017. Ich erinnere mich jetzt. Ich erinnere mich jetzt. Heiligen Jesus Christus, Heiligen Jesus Christus, ich bitte aus tiefstem ganzen Ort. Der steht da innen. Der steht innen. Da ist der Freund. Das ist meine Rezeltzeit. Ja, genau. Heute haben wir den 1. Juli 2017. 17. Jetzt gibt es meine Ohren. California. Das geht aber irgendwie so one time. Also Kalifornien. Ich sehe Feuer, Waldbrenner, Bäume, Trees, und Feuer. Auf jeden Fall ist es alles durcheinander dort. Ja. Ja. Es ist sehr... Chaotisch. 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 Ja. Chaotisch. 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 Ja. Es ist eine sehr schwierige Zeit hier auf der Erde. Die Menschen nicht glauben und nicht glauben. Es ist wie vor der Flood. Ja, der Big Flood. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020